Tirol TV und Christophorus Reisen luden zur dritten Tirol TV Kreuzfahrt. Die Route ging von Savona aus nach Civitavecchia und Rom, nach Palermo, Mallorca, Valencia, Marseille und wieder zurück. Den Seetag nutzten wir, um Urlaubsgrüße nach Hause zu schicken. Schiff Ahoi! Schiff Ahoi von der Costa Serena. Wir sind eine lässige Truppe, wir haben viel Spaß auf den Schiffen. Wenn Engel reisen, wir haben das schönste Wetter. Das nächste Highlight wird sein heute Morgen. Wir fahren in so eine Tracht und bezaubern einmal auf Tirolerisch das Schiff. Schauen wir mal, was der Kapitän zu ihm sagt. Ja, hallo. Vom Schiff Serena aus möchte ich alle herzlich grüßen. Schöne Urlaubsgrüße an meine Tochter Bediener, an meine Eltern und allen Bekannten und allen, die mich kennen. Dankeschön. Wir sind zur Zeit auf Kurs nach Palma de Mallorca. Wir werden erst morgen ankommen. Ich schließe mich den Wünschen meiner Freundin Renate an und auch meinerseits an alle, die mich kennen. Schöne Grüße von der wunderbaren Costa Serena. Bis auf bald. Schiff Ahoi! Schiff Ahoi, oder? Ja. Von der schönen Costa Serena müssen wir mal die schönsten Grüße schicken. Also, es ist wunderschön. Schöne Grüße an die Mama und an die ganze Familie und schade, dass ihr da seid. Hallo! Hallo! Ganz, ganz liebe Grüße von allen, die nicht hier sind. Ja, leider. Leider, weil es ist super, super schön. Auf der wunderschönen Costa Serena. Ja, die Cocktails sind daheim. Wir möchten alle recht herzlich grüßen von der Costa Serena. Die, die wir kennen und auch die, die wir nicht kennen. Sondern unsere Urenkelin, die Natalia. So, Robert, das ist jetzt der erste Kreuzfahrt. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, es ist ein Traum, wirklich. Es ist wunderschön. Ein Wetter haben wir, als wäre ein Paradies. Das heißt, es wird noch weitere geben, nehme ich an. Ja. Wir sind auf dem Weg nach Mallorca, dann geht es noch nach Valencia und Marseille. Ich glaube, die Stimmung ist ganz gut in unserer Gruppe. Man hat es gesehen, alles lustige, freundliche Leute. Wir sind sehr zufrieden. Und es ist cool, einmal so weiterzugehen. Schiff Ahoi! Hoi! 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 Viele Grüße noch in die Heimat von der Sonne. Wir denken eigentlich, wenn es im Regen sitzt. Das ist aber sehr lieb. Naja, inzwischen sind ja wieder alle zu Hause angekommen und haben den frühen Wintereinbruch daheim miterlebt. So was nennt man wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Auf alle Fälle war das Wetter während der Schiffsreise einwandfrei. Und viele freuen sich auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. Auf alle Fälle war das Wetter während der Schiffreise einwandfrei. Schiffreise